Okay. Und jetzt die Schnecke holen. Oder sterben. Unsterben vermutlich dabei. Jupp, 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 jupp. Au. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Satisfactory Plus, der Total Conversion Hardcore Mod für Satisfactory. Und nachdem ich in der letzten Folge die Fabrik so weit vorbereitet habe, kann ich jetzt anfangen, die einmal fertig zu bauen. Und ich brauche mehr Draht. Ich brauche mehr Draht. Kann ich mir jetzt daran machen, die einmal fertig zu bauen, anzuklemmen, einzustellen und dann alle Sachen zu produzieren, die ich jetzt gerade alle immer wieder von Hand machen muss, was ganz schön nervig ist. Und da hoffe ich doch mal, dass wir das dann entsprechend auch in den Griff kriegen. So wie jetzt zum Beispiel, ich muss wieder Kupferstangen machen, dann muss ich wieder Draht machen, damit ich wieder bauen kann. Das ist halt ganz schön zäh. Das müssen wir nochmal in Gang kriegen. Wir werden ein Problem haben mit der Stromversorgung, denn ein Constructor verbraucht 4 Megawatt. Ich habe jetzt 12 aufgestellt, das heißt, wir haben über 40 Megawatt, die wir jetzt extra haben. Der extra Generator, den wir angeklemmt haben, bringt aber nur plus 30 extra. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass uns im Verlauf des gesamten Prozesses der Strom ausgehen wird. Davon gehe ich jetzt mal spontan schon mal aus. Ich kann es aber noch nicht genau sagen. Es wird auf jeden Fall Hardcore Knirsch. So, dann packen wir den jetzt hier drüben hin. Und dann können wir schon anklemmen. So, den dann dort. Ich habe ja keiner Kabel mehr. Ach, Mann. Was ich gerade sagte, das ist ganz schön nervig. Ganz schön nervig, der Spaß. Das müssen wir da auf jeden Fall nochmal ran. Das war, das nochmal in den Griff kriegen. Habe ich gerade eine Sau gehört? Ach, ne, es ist eher da oben. Das ist El Horst so. Noch ein paar Eisenstangen wieder. Leichten Froschen, was die letzten paar Folgen schon. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich trinke eigentlich gerade genug. Aber... Das kriegen wir schon hin. So. Wir haben wieder Draht, wir haben jetzt Kabel. Jetzt können wir die Dings neu aufstellen. Hui. Boink. Die Strommasten. Ähm. Wie ist jetzt noch nicht die Frage, wie wir das mit dem Strom jetzt machen wollen? Direkt. So. So, der wäre bereits voll da, ne? Genau, der ist schon bereits vier. Wir müssten also den hier dann nach vorne ziehen einmal. Ja, wir müssten dann hier vorne nochmal einen Schwung hinstellen. Natürlich fehlen jetzt die Schrauben. Oh, leck mich doch auf. Jetzt fehlen die Schrauben auch noch. Äh. Sekunde. Gehe ich kurz Schrauben machen. Ich habe ja sonst so viel Zeit, wa? Bitte dann eben noch ein paar Schrauben. Und ein paar neue Eisenstangen, damit die niedlich wieder weg sind. Habe ich noch Eisenblatten? Habe ich noch da? Okay, alles klar. Draht und so weiter passt auch noch. Okay, dann los. Beziehungsweise würde ich sagen, wir ziehen es mal nach und nach vor. Ja. Pass auf. Das machen wir gerade nochmal. Also, wir machen jetzt mal den Trenner rein. Das ist der Zusammenführer, ne? Genau. Ne. Genau, das ist der Splitter. Passt er dazwischen irgendwie? Okay. Nicht wirklich. Oben vielleicht. Doch ein bisschen zu eng gebaut. Aber das geht, das geht. So, ein bisschen weiter ran. Und jetzt mit dem Förderband. Zack. Okay. Das klappt. So. Der hat auch Strom schon, ne? Hat er noch nicht. Okay. Okay. Und jetzt machst du bitte aus den Schrauben, äh, aus den Stangen die Schrauben. So. Der braucht 15 und der verbraucht 20. Der produziert aber nur 15. Ist also definitiv nicht optimiert. Nicht mal ansatzweise. Okay. Na gut. Äh, dann. Jetzt hier drüben das Strömische. Einmal weiterziehen. Also, wir machen mal hier das Stromkabel nach vorne weiter. Die sind alle versorgt mit Strom. Da hätten wir noch ein, noch ein über. Aber, damit könnte ich eigentlich den hier drüben noch verdröseln. Oder ich packe ihn nach vorne. Das wäre eigentlich sinnvoll, den hier hin zu packen, oder? Oder da hinten vorne ran zu packen. Das wäre doch nicht sinnvoller, ne? Den hier hin zu schmeißen. Und dann von hier aus dann den da zu klemmen. So. Der Kollege machte jetzt die Platten, ne? Genau. Und du machst jetzt aus den Platten dann das Eisenblech. Okay. Dann haben wir die nächste Fabrik bereits fertig. Die schmelzt hier. Warum steht die still? Was ist da los? Keine Eisenbarren mehr. Oh, Moment. Das ist meine Chance. Um ein paar von den Dingen loszuwerden. Die ich noch rumzulegen hatte. Jetzt können wir hier drüber noch wieder den Crusher anschmeißen. Hier noch ein bisschen den Spaß loswerden. Und den Crusher können wir wieder einschalten jetzt. Zack. Jetzt passt es wieder. Sehr schön. Okay. So. Das ist alles grün. Alles grün. Alles grün. Das hier wird fleißig produziert. Und zwar alles, was ich brauche. Da gibt es die Stangen. Draht, Schrauben, Platten, Blech. Kommen wir jetzt hier zum Kupfer. So. Und so erstmal. Dann brauchen wir den Strom. Am besten von hier. Nach vorne am besten. So. Und dann können wir jetzt einmal den Strom von dort nach hier ziehen. Und einmal von dort nach hier ziehen. So. Sehr schön. Ähm. 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 Machst du bitte die Kupferstangen hier. Und du machst bitte den Kupferdraht hier. Und du machst bitte. Die Kabel. So. Wie sieht denn das hier aus? Der verbraucht jetzt wie viel? 15 pro Minute macht 15 pro Minute. Der verbraucht 15 pro Minute macht 30 pro Minute. Der verbraucht 60 pro Minute. Oha. Das hier werden wir auf jeden Fall ein bisschen brauchen. Okay. Es wird ein bisschen dauern, bis sich das aufstaut hier. Also wenn ich also Draht brauche, habe ich noch ein leichtes Problem. Kupferstangen braucht man sowieso nicht. Okay. Meine. Wir könnten jetzt mal Uppsala. Hier vorne sollte eh voll werden. Ohne Probleme. Mann. Jump and Run. Ich bin ein ganz großer Freund von Jump and Run. Komm mal rein da. So. Du, mein Freund, machst jetzt die Kupferplatten stattdessen. Hm. Oh. Der braucht die Kupfersch... Ah, okay. Das ist die Kupferschiene in dem Fall. Äh... Okay. Ist im Grunde dasselbe. Wie die Kupferplatte. Alles klar. Der braucht dann gleich noch Strom. Und außerdem auch noch Kupfer von hier nach dort rein. Und dann von hier nach dort weiter. Wir hätten hier den Stromanschluss. Den ziehen wir auch mal nach hier vorne. So. Dann geht der Strom nach zurück. Und der Strom von hier nach... nach... Oh. Ist der voll? Der ist bereits voll. Warum sehe ich das nicht? Ach, total jetzt. Okay. Vier von vier. Okay. Wir müssen dann auch von dem hinten bis ganz nach vorne zurück... Okay. Das ist jetzt aber... Okay. Warte mal. Dann müssen wir uns mal ganz kurz mal drehen gerade. Das bringt es nämlich jetzt gerade nicht so sehr. Dann machen wir den mal hierher. Und noch einen nach vorne. So. Und dann... Kann der jetzt hier dorthin und... Hi, Bunny. Hi. Und... Dorthin. Und der wird dann von hier... an den geklemmt. Äh. Und außerdem von dort an den. So. Noch mehr Maschinenchen. Äh. Und du machst bitte jetzt die... Das Kupferblech. Alles klar. Damit ist die nächste Produktionsschiene bereits ebenfalls fertig. Status. Wir sind bei... Äh. Das geht noch. Also wir sind... Wir wären aktuell schon über der... Max-Kapazität. Jetzt schon. Mit 6 Megawatt drüber. Effektive Produktion ist aber 53. Dementsprechend passt das dann in dem Fall. Noch. Vermutbar hier auch schon einige stillstehen. Aber wenn denn... Wenn gleich wieder Lücken passieren, dann wird es doof. Anyway. Hier drüben der Kollege. Der bekommt jetzt die Zinnbarren angeklemmt. Zack. Und... Oder macht man... Er macht hier erst die Zinnstangen. Und die... Äh. Den Zinndraht dann hier. Zack. Haben wir Strom hier, ja, ne? Das heißt, auch die können jetzt entsprechend dann arbeiten. Ähm. Wie sieht es hier aus? Lass mich gerade wieder 15, 15. Ja. Und vermutlich 15, 30. Äh. 15, 30. Jawohl. Okay. Und die letzte Schiene. Juhu. Wir nähern uns dem Ende der... Ersten wirklichen Fabrik. Die aber nur von Hand befüllt werden muss mit den Erzen. So. Jetzt, äh. Äh. Du machst bitte die Zinnplatten. Du machst bitte das Zinnblech. Und... Du, mein Freund. Wo ist denn hier der Stromhorsti? Da. Gehst mal nachher rüber. Es fehlen Schrauben. Aber das Gute ist... Wir haben jetzt Fabriken dafür. Hier. Schraubenfabrik. Danke. Ach so, stimmt. Der ist ja eh langsamer, weil der ja nicht genug Zeug bekommt, ne? Weil der Kollege ja bremst hier. So. Ähm. Dann nochmal. Da Strom abklimmen. Hier hin. Und... Auch ruhig bis nach vorne. So. Dann den einmal nach dort. Und... Und den einmal nach... Hier. Okay. Status. Es ist knirsch. Es ist... Es ist sehr knirsch. Aber wir sind... Hä? Max Cons? Wieso ist Max noch bei 96? Das ergibt gerade keinen Sinn. Ich habe doch mehr Maschinen angeschlossen. Ah, jetzt auch 104. Jetzt hat er neu berechnet. Also, wir sind bei 100. Wir sind bei... Wir sind 14 drüber. Wir müssten eigentlich noch einen neuen... Neuen Generator entklemmen. Es wird schon hart knapp teilweise. Sobald wir diese... Diese Schwelle erreichen, dann... Das ist einmal. Und das ist, glaube ich, nicht allzu schwer, da hinzukommen. Äh... Hat ich den nicht ausgeschaltet? Doch, hatte ich. Ach, der hat noch Zeug drin. Okay, alles klar. Äh... Machen wir mal Licht an hier. Wie geht es unseren Schmelzen hier? Der ist bereits leer. Da geht aber noch was. Und... Der geht auch wieder. Okay. Ich habe das gecrushete Zeug schon weg. Bis auf die... Rubit, ne? Ich kann also auch hier jetzt... Den wieder anschmeißen. Jetzt wird es lustig. Äh... Gas. Und... Damit dürfen wir jetzt bei 108 sein, ne? Die Spitzen sind... Nee, nicht so lustig. Oder ist die Max wirklich alles, was am System dranhält? Egal, ob es an ist oder nicht. Könnte natürlich sein. Bevor wir auf jeden Fall mit Bohren arbeiten, müssen wir... Auf jeden Fall... Müssen wir auf jeden Fall... Die... Ähm... Weitere Generatoren anbringen. Die sind alle voll hier. Das werden wir so schnell nicht los... Ah, der ist schon leer. Sehr gut. Das ist jetzt... Wenn doch dann auch gleich die Schmelzen leer... Und dann passt das wieder. Dann lassen wir uns mal ganz kurz die Erste aufsammeln, die wir haben. Und wir sind bereit, jetzt... Die Sachen soweit schon mal... Fertig zu machen. Wir können uns jetzt auch darauf konzentrieren, eventuell mal... Den Fußboden zu bauen. Jetzt haben wir ja alles da, um Fußboden zu platzieren. Wir haben Stein da, Bruchstein, wir haben Beton, wir haben Schrauben und alles, was... Und Platten, als was man eben so braucht, um Fundamente zu platzieren, hätten wir jetzt in der Autoproduktion... Also definitiv machbar. Das ist nur die Frage... Wie hoch? Ich denke, die Höhe von dort... Sollte vermutlich ein guter Anfang sein. Ich mag immer gerne ein bisschen höher bauen, dass du eben nicht ums Gelände drumherum bauen musst. Das ist halt sonst immer hart nervig. So, zack. Da haben wir die Erze. Da haben wir das. Und da ist dieses. So. Gibt auch eigentlich nichts, was wirklich groß Höhe ist. Das Ding, das kann man auch offen lassen dann in dem Fall. Das schadet hier eigentlich nicht. So, hier wird es langsam leerer, das ist gut. Und die Stromschwellen sehen gar nicht mal so scheiße aus. Also er piekt bei 80 immer wieder. Ist aber immer noch Luft nach oben. Das ist gut, also können wir das ruhig so lassen. Und es wird auch deutlich entspannter werden, wenn halt eben die ganzen Maschinen... Maschinen nach und nach voll werden. Moin. Komischer Vogel. Dementsprechend. Wenn es jetzt schon nicht kaputt geht, dann hält es auch später noch an. Solange ich zumindest nichts weiter anbaue an das Gerät. Was ist denn das denn für ein komischer Stein? Da hängen so Zungen dran oder was ist das? Das sieht ja merkwürdig aus. Ich würde einfach nur so Steinspitzen mit Gras drauf. Okay, gut. Muss ich nicht verstehen. Es ist halt so. Ach, du schon wieder. Hey. Na komm. Na komm. Na komm. Hehe. Weg ist er. So, also. Die vermutlich beste Variante wäre... Diese Höhe plus ein bisschen extra. Der Stein hier oben, oder? Das wäre es. Dieser Stein hier oben, das wäre es, glaube ich. So, wo uns der Stein gerade so in den Fundamenten verschwindet. Dann guckt das Ding noch ab und zu ein bisschen durch. Komme ich da irgendwie hoch vernünftig? Gerade irgendwie? Nee. Dafür brauche ich gleich ein paar Rampen, um da hochzukommen. Oh, dann nutzen wir den Bogen tatsächlich als Startpunkt. Die Höhe des Bogens. Oh Gott. Ah, ich werde sterben. Oh, doch nicht. Gerade so? Okay. Der Bogen wäre, glaube ich, eine gute Idee. Okay. Fangen wir also an. Ich möchte bis dort oben an den Bogen ran. An die höchste Stelle. Ich brauche also jetzt... Wie kann ich eigentlich die... Die Hotpoten wechseln? Lass mal schauen. Optionen, Tasten, Tasten, Belegung, Waffe, Springen, Emotionsrad, Codex, Schnellsuche, Farbeinstellungen, Schnelltaste 1 bis A, Ausrüstung, Cheating, Öffnen Lager, Ingame-Wiki, Alt und Mausrad. Okay. Okay. Ah ja, okay. So, jetzt kann ich hier dann die Fundamente dahin packen zum Bauen. 1, 2, 3 und 4, 5, 6 für die Rampen. So. Ich brauche Beton, Eisen, Blech und Eisenplatten sowie Schrauben. Äh. Baummodus. Wie stelle ich den Baummodus um? Ah, mit R. Ah ja. Okay. Das ist Suppen. Ich brauche aber noch ein bisschen Blech und... Alles. Wir nehmen mal einen Schwung Beton mit. Das schadet ja nicht. Dann einmal komplett die Platten. Schrauben. Schrauben auch. Äh. Danke. Und dann Platten und Bleche. Platten und Blech. Okay. Ich bin bereit. Zur Schnecke. Okay. Die steile Rampe. Baumodus ist gesuppt. Ich hole Geräusche. Ach, war der da oben. So muss das durchpassen. Das ist noch viel so weit weg, ne? Das ist noch viel so weit weg. Okay. Okay. Wir müssten also noch ein Stück weiter zurückgehen. Dass wir wirklich bis da oben hochkommen. So. Von hier vielleicht. So. Okay, maximal zehn geht. Dann eine kleine, kann ja auch eine große machen. Ist im Grunde egal, ne? Zack. Und dann da oben drauf wieder die Rampe, die große. Drehen. Drehen. Und weiter. Okay. Das könnte geklappt haben. Schauen wir doch mal. Oh boy, das wird... Okay. Das wird jedes Mal ein Akt werden, darunter zu laufen. Das sehe ich jetzt schon. Aber ich denke, wir haben... Ja. Wir sind sogar ein Stück weit zu hoch noch. Okay. Das müsste passen. Jetzt können wir hier mal kurz rüber soupen. Okay. Und jetzt die Schnecke holen. Oder sterben. Unsterben vermutlich dabei. Jupp, 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 jupp. Au. Yeah. Das war der erste Tod. Ripp. Da bin ich gleich leicht abgestürzt. Kleines bisschen. Da. Steht sich halt so extrem scheiße auf dem Ding. Ich hätte ein Fundament ranpacken sollen. Ich hätte einfach ein Fundament ranpacken sollen. Und jetzt will ich aber da oben dann in großen Mengen meine Platten aufstellen. Äh, alles nehmen. Danke. Ist das so eine... Ist das wirklich so eine... Ich bin gerade unsicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin mir da gerade wirklich unsicher, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Langfristig ja. Kurzfristig vermutlich eher nervig. Weil ich muss die ganzen Erze hochleiten. Ich muss den gesamten Blödsinn machen da oben. Gut, wir können natürlich jetzt die normalen, die vertikalen Lifte halten. Das geht dann schon. Der Vorteil ist, ich muss halt eben dann wirklich nicht mehr so oft runter. Wenn ich die Miner stehen habe und dann mit dem vertikalen Liften das Erze nach oben bringe, dann ist es eigentlich auch fast schon wieder egal. Und es ist glücklicherweise nicht so hoch, dass man auf einen Schlag stirbt. Es sei denn, man ist halt schon angeschlagen. Da muss man eben aufpassen. Äh, okay. Warte. Äh, was haben wir da noch? Wir haben... Noch einiges da. Das geht sogar noch. Ich nehme mal noch ein paar von den Platten mit. Äh, da. Okay, also die Platten werden nur voll, wenn die Eisenbleche auch voll werden. Interessant. Schraubenbeton haben wir noch genug. Da ist ein kaputter Planeten übrigens. War das schon immer so? Hm. Dip, 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 dip. Und dann jetzt einmal da hoch. Fundament ran. Schnecke schnappen und dann vernünftig mal eine Grundfläche bauen. Mit der wir dann aber auch arbeiten können. Wir sind dann auch über allem. Was man eben so braucht. So. Schnecken den Ablauch haben wir. Bumps. Es ist eine Situation. Was ist die Situation? Er ist außerhalb. Ich werde mit mir in eine Minute gehen, aber sie droht. Äh. Okay. Ich brauche zwei Minuten. Okay. Ich lasse ihn raus, also ich gehe mit ihm. Okay. Und du kommst mit mir, wenn du kommst. Ja. Äh, okay. Dann können wir das Suppen wieder einschalten. Und fangen jetzt mal an, die Station auszubauen. So. Okay. Das sieht doch sowas schon mal gar nicht so scheiße aus. Ach so. Oder? Ja. Das sieht überhaupt nicht scheiße aus. Das gefällt mir super. Das Suppen hier ist jetzt eine extreme Hilfe tatsächlich. Wir suchen mal noch ein bisschen weiter vor. So. Und der nächste Plan müsste es dann werden, wenn die Fundamente stehen, den Strom. Okay. Wie machen wir das mit dem? Lassen wir die Biogeneratoren unten, ja, ne? Wir lassen die Biogeneratoren erstmal unten. Und leiten nur den fertigen Strom hoch. Die Fabriken ziehen wir nach und nach nach oben. Die Fabriken ziehen wir nach und nach nach oben, um dort halt hier oben die Sachen zu verarbeiten. Das machen wir. Aber der Rest bleibt unten, die gesamte Stromerzeugung. Denn wir werden, denke ich mal, hier oben sowieso andere Stromerzeugungen später verwenden. Beziehungsweise Kohlekraftwerke, etc., etc., die dann woanders anklemmen. Ist also erstmal nicht ganz so wild. Das sieht sogar fast ordentlich aus, oder? Also ich hätte da mit mehr Chaos gerechnet. Die Container vorne ist ein bisschen komisch, aber der Rest ist eigentlich gar nicht mal so scheiße geworden. Okay. Anyway. Das wird die Folge gewesen sein. Wir haben einen großen Quantenschritt in die Zukunft gemacht und können jetzt ganz entspannt in die Zukunft schauen und eventuell abstürzen. Das ein oder andere Mal. Ich werde vermutlich gleich nochmal ein paar von den Platten platzieren hier, ein bisschen die Platten ein bisschen besser ausbauen. Und dann geht es nächste Folge darum, dass wir dann noch ein bisschen die Stromproduktion verbessern. Da werden wir dann am besten mit Fundamenten auch arbeiten, da wir halt eben die Sachen herinstellen und dann ist es auch egal. Ähm, die Stromproduktion verbessern. Dann anfangen, Miner zu bauen und das Zeug nach oben leiten. Und dann hier oben den Spaß. Und dann hier oben den Spaß neu aufbauen. Das ist das Ziel. Oder? Ja, ne? Wie üblich, wenn das Video gefallen hat, gerne mal subsriben oder links auf die Videos legen. Da gibt es mehr von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder bis dahin. Tschö, tschö.